Was macht man? Gibt man einen Albstift? Gibt man ein Leben lang auf die AIDA, macht Kreuzfahrt, was im Übrigen billiger ist als der Albstift? Oder wie verbringt man seinen Lebensabend sonst? Und wir haben einfach gesagt, wir haben einen absolut guten Plan dafür. Wir vier machen das Senioren-WG und rocken das Seniorenstift. Und so häusen es wieder auf. Seniorenstift! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017